Musik Liebe MusicStoreTV Zuschauer, wir sind immer noch auf der Frankfurter Musikmesse, sind jetzt am Pearl-Stand angelangt und werden heute euch die neuen Produkte vorstellen. Das heißt, ich und zu meiner rechten Seite Thomas Franke, er wird uns ein paar Takte dazu erzählen. Anfangen müssen wir mit diesem wunderschönen Referenz. Thomas, was hat es damit auf sich? Reference, ja, erstmal schönen guten Tag, MusicStoreTV, ihr seid natürlich wieder am richtigen Stand hier. There's only one reason to play drums, Pearl. Ich möchte euch gerne unsere neuen Produkte vorstellen. Hier ist zum Beispiel unser neues Reference Pure Kit. Damit hat es sich auf sich. Wir erweitern unsere Referenz-Serie damit. Und dieses Reference Pure steht für einen offenen Sound mit viel Resonanz und mit einer sehr direkten Ansprache. Wie die meisten daran wissen, die Referenz-Serie ist eine... Das Konzept hinter der Referenz-Serie ist das ausgetüftelste System unter allen Schlagzeugen. Wir arbeiten hier, unser Best of Masterworks, wir arbeiten hier mit drei verschiedenen Komponenten, um den bestmöglichen Sound aus jeder einzelnen, individuellen Trommel in diesem Schlagzeug herauszuarbeiten. Wir arbeiten da mit unterschiedlichen Kesselschichtungen, verwenden verschiedene Hölzer für jede einzelne Trommel. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Kesselstärken und mit Kesselgratungen. Zum Beispiel, was die Kesselschichtung betrifft, bei dem 12er Tom haben wir festgestellt, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, einen 12er Tom klingen zu lassen, als 100% Maple zu verwenden. Deshalb 12er Tom 100% Maple. Bei den kleinen Toms wissen wir, um mehr Attack und mehr Schärfe zu erzeugen, haben wir Birke zu dem Maple dazu gemischt. Und bei den dicken Trommeln wollen wir natürlich mehr Punch, mehr Low End haben, sondern natürlich richtig in den Bauch. Man will das natürlich spüren. Deshalb mischen wir African Mahogany zu dem Maple dazu. Bei der Kesselstärke verwenden wir bis zum 13er Tom, 8 bis 13er Tom, verwenden wir sechslagige Kessel. Und aufwärts von 14 bis zu den Floor Toms und bis zu 24 Zoll Bass Troms verwenden wir achtlagige Kessel. Bearing Edges, Kesselgratungen. Für die Snare verwenden wir eine 45 Grad scharfe Kesselgratung für einen harten, aggressiven, lauten, scharfen Sound. Bei den kleinen Toms, bei den Rack Toms bis 13 Zoll, verwenden wir eine 45 Grad abgerundete Kesselgratung für die richtige Balance zwischen Schärfe, Attack, Projektion und Wärme im Sound. Bei den größeren Toms von 14 aufwärts, Floor Toms, Bass Troms, verwenden wir eine völlig abgerundete Kesselgratung, um wieder diesen Low End Punch noch mehr herauszukitzeln. Das ist das, wofür Referenz steht. Für Referenz steht das Referenz-Konzept. Ah, da steht schon mal kurz einer. Kein Problem. Dafür steht Referenz. Und was wir beim Referenz-Pure hier anders gemacht haben, was hier speziell ist, wir verwenden hier dünne Kessel. Das heißt, in jeder einzelnen Lage ist 0,9 mm stark. Im Gegensatz zu dem normalen Referenz-Kit, da verwenden wir 0,9 mm mit 1,6 mm Holzschichten nacheinander geschichtet. Dünner Kessel, im Gegensatz zum dicken Kessel bei einer normalen Referenz-Serie, bewirkt einen resonanten Ton, erzeugt mehr Resonanz und eine direkte Ansprache. Im Gegensatz zu dem, einem fokussierten Sound bei dem normalen Referenz. Das normale Referenz mit dem fokussierten Sound, also perfekt für eine Live-Performance. Die direkte Ansprache und die Resonanz ist im Recording-Bereich perfekt. Also zwei verschiedene Referenz-Sounds für unsere Kunden hier zum Auswahl mit unterschiedlichen tonalen Charakteristiken. Dünne Kessel bewirken einen höheren Ton, würde ich gleich nochmal einmal demonstrieren wollen. Das heißt, auch eine unterschiedliche Tonhöhe durch die Kesselstärke wird hier erreicht durch den dünnen Kessel. Und ein weiteres Tonspätkrumm weisen diese dünnen Kessel auf. Das heißt, du kannst dir morgen deinen Popkick spielen, kannst das Kit hochtunen, kannst am nächsten Tag mit demselben Kit es runter-tunen für den Rock-Gig und behältst trotzdem die Resonanz, die du erhalten möchtest. Ist mit dem Referenz-Pier und mit den dünnen Kesseln erreichbar. Ja. Eine ganz entscheidende Sache zu diesen dünnen Kesseln. Haben wir leichte Hardware gewählt. Hier bei dem Spannreifen haben wir einen speziellen Spannreifen erfunden. Wir nennen ihn den Fat-Tone-Hoop. Dieser Fat-Tone-Hoop ist weder ein Gussspannreifen, er ist auch kein Triple-Flange-Hoop, er ist ein 1,6-Millimeter-Hoop, den wir hier nach innen gedreht haben. Vielleicht fühlt der mal gerade dahin, vielleicht kann man dann mit der Kamera auch gleich mal hinfahren. Durch dieses Drehen erhält dieser Spannreifen natürlich eine Stärke wie ein Dark-Cast-Hoop, aber er ist leicht wie ein 1,6-Millimeter-Hoop halt ist. Und dadurch wird natürlich auch die Resonanz, Offenheit und Resonanz, der Ton wird nicht verkürzt durch die schweren Spannreifen. Dasselbe ist auch mit den Böckchen, auch hier leichtere Böckchen. Das heißt, alles was von außen drankommt, die Spannreifen und die Böckchen sind leicht, der Kessel ist dünn und dadurch wird der offene, resonante Referenz-Sound hier erzeugt. Das ist quasi Referenz Pure, unsere Erweiterung unserer Referenz-Serie. Referenz Pure, Pure Sound, Pure Resonanz und Pure Perfection. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hier war die Firma Pearl wieder sehr, sehr innovativ, sehr, sehr kreativ.